Wer bleibt hier jetzt? Yannick wieder, ne? Ja. Okay, Yannick, dann kannst du hier das Haus schön einrichten. Viel Spaß. Hier, Yannick, guck mal bitte nach da. Yannick. Guck mal bitte nach da. Geh dahin. Da ist ein Geschenk für dich. Oh Gott. Park das mal rein und hol den Magneten. Du findest es schon raus. Wie, Magneten? Muss ich den kaufen? Nein, der ist am Schiff. Ein Magnet am Schiff dran. Da ist noch ein Hebel dran. Einfach da hinfahren. Dass wir den haben, weißt du? Ich würde das nicht hinkriegen. Nee, ich weiß nicht. Hoffentlich stirbt der durch. Ja, brauche ich auch. Genau so. Das ist noch Phyrex. Ich muss kurz abchecken. Oh, ne ohne... Ne, gar nicht ohne die Magneten-Glas-Runde. Komm mal runter. Hier ist noch eine Sache. Ich bin voll. Warte, warte, warte. Hier sind zwei Sachen. Ich bin schon mal verdrottig. Hab Bier. Ja. Es ist eine gute Aussicht, wenn das Auto schon brennt. Das nächste Mal. Äh, Bracken, Bracken, Bracken. Ja. I see. Er kommt zu dir. Tschüss. Tschüss. Äh, Luca wohnt von Brackengold. Wenn der jetzt gestorben ist, ne? Der jetzt gestorben ist, ne? Ja. Der Kälb anbordet nicht. Der Kälb anbordet nicht. Er fährt noch. Digga, ich... Warte. Luca ist tot. Oh nein, warum? Bracken. Warte, warte, warte. Stopp. Bleib stein, bleib stein, bleib stein. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, ich geh in den Parkmund. Warte, 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 warte. Okay. Ist geparkt. Warte, warte. Warte, warte. 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 Let's go. Oh Gott. Mach mit dem Walkie an. Äh, ich hab kein Walkie. Warte. Warte. Ich nehm mir eins, das ist gut. Ich geh noch mal rein. Okay. Viel Spaß hier. Danke dir. Was sind das? Mach den Motor vom Auto aus. Hab ich. Sonst lockerst du vom Monster. Okay. Hab ich. Hab ich. Mimic. Mimic. Wir geh'n. Komm. Die Loot verwirrt. Sicher alles. Guter Call. Ich hab' gesehen, wie er mich eher dominant zeigt. Ich hab' das kleine Mädchen. Warte, lass' Luke tippen. Lass' Luke tippen. Ja. Schnell. Weil ich. Mimic ist vor der Tür ja nix. So. Wir können. Tschüss. Ich seh' das kleine Mädchen. Warte. Ich leite mal einen. Und. Ey. Oh, Giant. Digga. Ey. Ich hab' ihn kurz gesehen. Hab' mich direkt weggedreht. Natürlich will er Luke auf den Arm. Wow. Der hat wirklich nen Aim-Bot auf Luke. Ja. Ich schwöre. Okay. Warte. Diese Musik packt grad ab. Schöne Musik. Tja. Vor allem ist der Ass aus. Es geht zum Taten. Wiegt der Donner zu mir ab. So. Geil. Wait a second. Ja. Wait a second. Du bist doch da. Wirklich L von 10 Bracken. Hast du ein Feldback? Nee. Natürlich nicht. Doch hab' ich. Doch, doch, doch. Ich hab' die Geräte. Ja, gut. Ich hab' ich gesehen. Ich dachte mir, das ist eventuell wichtig. Weil ich muss das nicht mehr machen oder was? Ich gucke uns auf kalten Eclipse. Nein, ist nicht. Sehr gut. Äh, jetzt bin ich dran. Ja. Let's go. Ich hab' mich hoch. Ja, ich auch. Ich hab' mich hoch. Ich hab' mich hoch. Ich hab' mich hoch. So, warte. Ich brauch' ne Flashlight. So, let's go. Ja, viel Spaß, Ladies. Danke. 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 so richtung janeke klug genau und die walkie an ich schon ja aber ich kann die ich kann zwei schlüsse gefangen die kann ich in den dings packen usa nimm mal das klopapier und ein bier was unten liegt okay dann gehe ich jetzt vom bildschirm weg okay ständig wenn ich antworte bin ich tot okay perfekt eine sache genommen perfekt habt ihr noch mehr ja luca droppt gerade wow hier unten ist dead end ja genau dort unten ist dead end wollte ich gerade sagen links geht lang und rechts auch da geradeaus weiter ist loot und noch weiter geradeaus also wirklich weit geradeaus hinter der tür ist auch noch loot genau hinter der tür das war es da auch ihr könnt wieder zurückgehen das war es da auch die 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 Okay, die teilen sich auf. Ist hier irgendwas? Ich seh nichts. Ist wieder verwickelt, sein Urus war da. Bisher seh ich immer noch nichts. Ja, doch, jetzt geradeaus. Jetzt genau geradeaus, Luca. Und, Yannick, gehen wir zurück? Und links, links, Yannick. Ja, genau da lang, Yannick, 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 genau. Bisschen weiter. Ja, da, genau da, genau. Du bist genau da, Yannick. Hä, hallo? Bei mir lag da Loot an der Wand. Links an der Wand. Okay, äh, der YP ist in eurer Nähe, aber ich kenne den. Hä? Lus, 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 Lus. Okay, liegt da kein Loot? Er liegt vor euch, rechts an der Wand. Kann Loot um das Glitter-Quaker sein. Lens, ich geh zurück. Oh, Rotabunk kommt zu euch. Achtung, links. Brecken? Brecken, brecken, brecken. Ja, alles klar, okay. Aber ich seh ihn nicht mehr. Er, er ist noch in Retreat, Achtung. Er rennt noch weg, er rennt weiter weg, er rennt weiter weg. Er ist da, wo ihr hin müsst, quasi. Okay, Main Entrance is free, ihr könnt ihn raus. Er ist jetzt links von euch, quasi, aber weit weg. Easy. Wollt ihr noch? Okay, nein, wollt ihr nicht. Geht ihr noch gut denn? Ja, äh, der Bull ist, warte ich. Ja, ich auch. Das ist voll komisch, ich kann die Schlüssel jetzt schon mehr, ich kann die Schlüssel jetzt schon mehr nicht in die Tasche packen. Warte, da liegt auch eine Sache. Ich hol die kurz. Ey, yo, ey, ich bin stuck. Ey, Jungs, Jungs. Okay. Door's stuck. Ey. Ey. Je- Nice. Ey. 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 Was redest du? Ich arriba. Ich bin. Ey. 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 Digga, ich guck den Schrank an und hab 16 rps Geil, schlug Geil, Alter, ich saug den auf Aber ich sag mal so Nach Deckmoda wird's hart Digga, das Auto Ja, ist doch wieder hoch Sonst müssen wir einmal richtig gambeln Wenn wir Glück haben, dann geht das doch Ich muss so viel Glück haben, wenn ich nochmal Digga, Lolli Ich sehe schon als erstes Das ist minus 50% wäre schon Katastrophe Ja Gib mal einen anderen Mond-Same wieder Da müssen wir sowieso im Mond-Same zu hoch Und da ich jetzt wieder reingehe, ist auch schön Wer muss denn? Ich muss mit, ne? Ja Ja Ja, ich bleib hier Hä? Wollen wir denn cruisen? Nein, nein, alles gut Oh Gott Tschüss Luca Tschüss Obwohl es eigentlich schon geil wäre Ja, alle Bäume abreißen und dann hier in den See fallen Ja Das wärs 10 vor 10 Ja Äh, Penis Was ist das denn? Äh, Penis Boah, wir jagen? Nein Soll ich auf Penis oder was? Jetzt könnt's safe ne Mine Ja Ja Sack Ja Fast Rechts Links ist was Zwei Sachen Geschenk Ja Ein Eichn Alter Da ist noch was Ja genau Ja Wow, Digga Hier die, die Guck Moon Pan 24 Ja Warte, ich guck Oh, guck mal, ich seh Licht Warte Ja, da ist nix Es sind zwei Stunden, die mach ich aber nicht auf Das bringt nix Ja, okay Ja, da ist eine Sache in dem Raum Ne, ist noch ne Sache Und am Ausgang des Raums ist ein Turut Das mach ich gleich aus, wenn er dann lang wollte Äh Okay, ja Luca Oh, da ist noch ein Ding jetzt, ja? Oh, was, was ist das? Oh, ne L-Type Genau Äh Äh Ja Ja, das hört sich nicht gut an Das, äh, hört sich nicht gut an Wir gehen mal wieder zurück Das war ich mit der Tür Ne, das, äh, von Luca mein ich Oh, äh Penis Geht's zurück? Genau Du hast dich mitgenommen? Mein Gott Nö, weil Das Fire ist ja echt Probier aus I don't, I don't trust it Easy Easy I have lost trust in Und jetzt vom Eingang links Und dann nochmal links Und dann nochmal links Und dann auf die Tür ist hier nachdem Ja Und dann links im Raum ist was Ja, sind Flaschen Hint, hinten, hinten, achso ja Und jetzt nochmal links Müsste auch noch was sein Hinter Yannick jetzt Hinter Yannick Hinter Yannick So, ich kann, bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Okay, egal Da ist ein Break-Morong Wrong Ich hab keine Ahnung So, da ist nichts Hä? Ich hab einen Stampen gehört Könnte ein Pampa gewesen sein Könnte auch nichts gewesen sein Gehen wir jetzt Ja, danach genau Kaut aus Und dann links Hier ist ein Tyrexit Der ist 100% weg Der ist hier links Da ist noch Dann kann er wieder zurückgehen Weil das ist ja dieselbe Mist wie vorher Ja Das ist das Komplex da Ja L Perfekt Yannick Du bist es Ja Hier, wie du guckt Ja, perfekt Wo ist Eien? Wo ist das Voreck Ich müsste ein Fire-Age zu wahrscheinlich suchen Weil da ist jetzt noch nichts mehr Ja Ja Ja, wir können auch so einfach easy Den langen Gang wieder lang gehen Mal gucken, was wir hier finden Wo willst du das? Den langen Gang Willst du Ah, links Okay Ja, du hörst mich schon Ich höre nicht Ich höre nicht irgendwo Ich höre nicht irgendwo Ah, hallo Du siehst mich auch bald Nee, nee Nee Nee, da war ein Key Und dann hast du dich gerade drinnen und weg Da rechts ist nichts Jetzt wieder rechts Kino Ja, 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 ja Und jetzt links Jetzt wieder rechts Was ist er mal da hin Dann geht es nochmal nach launt Geht mal links Alter, ist er mit links Da ist ein Da ist ein Der ist ein Der ist der Ich fahr jetzt mal nicht mehr raus Kuss Am Achso Das ist hier Das ist hier Ich weiß wo wir sind Kannst du B3 öffnen? Nee, muss nicht. Ich gehe durch V0 und dann zweimal rechts. Fühlt uns in den Raum. Da. Das kostet die andere Seite davon. Ah. Geil. Plastik-Fisch. Fisch, was ist hier? Was ist hier? Äh. Hier kommt die Sammel. Ah, okay. Hier hinten ist auch noch... Hier sind voll viele Türen. Ja, ich sehe es. Da. Da ist auch nichts. I don't trust it. Hier sind Pyrex, der könnte es aber sein. Könnte. I don't trust it. Ich mache es. Janek. Nein. Ich nehme den. Wenn ich sterbe, dann hol Janek. Er soll wieder zum Eingang laufen dann und die Sachen holen. Ich weiß den wirklich. Ich weiß den wirklich. Fumper, fumper. Fumper, okay. Wir nehmen den. Oder? Okay. Es kommt ein Fumper. Warte, ich nehme den. Ich try. Ich try. Janek, wenn ich hier reinkomme, dann weiß ich Bescheid. Ja? Dann zieh Janek raus. Janek, easy. Janek, easy. Oh mein Gott. Wir gehen Main entrance. Main entrance. Wir gehen Main entrance. mutter. Ja. Warte. 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 mit der Quota richtig ein Problem, ne? Ich weiß, wir kommen nicht wieder, Warte. Weil 3300 Kunden sind ja Loli. Janik, komm mit! Ich weiß, wir haben auch ein fettes Problem. Weil, wie gesagt, ne? Ja, das meiste ist der Loli. Wir haben 4517 und 3300 davon sind der Loli. Ich glaube, wir müssen auch bald mal den Loli abgeben. Ja. Wahrscheinlich jetzt, weil der Rest reicht nicht, abgesehen vom Loli. Ich glaube nicht, dass das, was ihr da jetzt habt, so viel ist, dass das ohne Loli reicht. Ja, glaube auch. Aber ich kann mich nicht hören. Wir müssen uns beeilen, ne? Giants können hier jederzeit spawnen. War das das letzte Mal links von uns hier? Oh mein fucking Gott. Lauf. Oh, vor Schip. Vor Schip. Oh, scheiße. Ehrt mich, ehrt mich, ehrt mich, ehrt mich. Geh du durch. Geh du durch. Ich renke ihn ab. Ich juke ihn, Janik. Er will dich, Janik. Warte, er kommt zu euch. Achtung. Ich hab ne Key, ey. Ich bin da, Janik. Luka, ich bin da. Hier, man. Okay. El Giant. Ähm. Ähm, 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 oh mein Gott. Ähm, ey, Bro. Ähm. Hallo. Ne, so viel Loot ist es nicht. Um Dinge zu ersetzen. Das Ding ist halt, wenn wir den Lolli abgeben, haben wir danach nichts und haben verloren. Wir können ja versuchen, ein bisschen zu gambeln und dann, ne? Wir können ja alles weg gambeln, quasi außer den Lolli. Ja gut, ich meine, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, wir werden es wahrscheinlich auch nicht schaffen, aber das war unsere letzte Chance. Wirklich, weil wir hier haben viel. Wir können echt viel gambeln. Wir brauchen nur einen Hit wieder. Einen Hit. Weil so weit waren wir noch nie gefühlt. Mach nicht das Ei jetzt noch kaputt. Nein, nein. Okay, das heißt, was ist jetzt der Plan? Jeder schnappt sich jetzt zehn Sachen und gambelt? Ich nehme hier so ein paar Sachen und gamble, ja. Let's fetzen. Okay, das geht los. Perfekt. Okay, geht so gut. Oh Mann. Komm schon, Pfiff. Treu. Maschinenleistung gibt es nicht. Ich habe noch zwei. Plus null, geil. Sechs. Eins. Das rette ich noch. Zwölf. Okay, ja. Sehr gut. Bardo. Die Seite. Neun. Zwölf. Vier. Sechs. Digga. Schuppe. 126. Das ist voll das geile Klopapier. Ein Digga. Ein. Ein. Scheiß. Vier. Ja, ey. Oh, ein. Der war noch. Perfekt. Zwei. Null. Eins. Null. Perfekt. Ich versuche ein Glück mit Blackback. Alter, ich sehe nichts mit diesem Klopapier, ne? Digga, mit 17. Alter, ja komm, wir bleiben. Oh, 136. Ich habe 100 gewonnen. Sehr gut. Alter, heiße. Perfekt, schön. Gott. Ich hab nichts bekommen. Ich stand hinten drin. Ach nein. Oh Mann ey. Ich hatte 211. 11. Mal. Den kann ja ein Break killen. Mach 3. Was für das Ei? Ei, bumm. Ei, caramba. Digga, 80, minus 50% ist nicht 31. Geht schon. Jawohl, der nächste ist Bundesgesichert, Lungs. Digga, ist grad noch 80, ich bin schon über 7, noch zweimal drin. 99. 34. Ich wurde geält. Digga, ich lose hier nur. Das hat irgendwie noch 2 gehabt. Oh, 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 oh. 11. Fuck. 13. Ich rette das. Nur 3x7. Aber nur 130 leider. Digga, das war mein erstes Win. Echt? Easy. Okay, ich hab's gerettet. Ich hab's gerettet wieder. Also 60 hoch wieder. Oh, da gehst du, oder? Da gehst du? Ja, 18. Sehr gut. Ah. Oh ja. Das ist durch. Stark. Ich hab's gehört. Oh ja. 81. Es geht nach oben. Sehr gut. Sehr gerne. Ja. Oh mal 3. 243. Ja. Oh. 364. Mal. Mal 2. 728. Mal. Dinger, was? Oh nein. Oh nein. 37. Nein. Leck mich auf Arsch. Das war's. Ich hab's nur reden. Müssen wir ins Rad gehen? Nein. Jetzt kann nur einer. Stark. Oh, 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 oh. Null. Perfekt. Mann. Das wär das geilste Klopapier dieser Erde gewesen. Das wär so 7-lagig gewesen. Ah, halt. Ich war bei 7-lagig. Das hätte alle Lagen gehabt. Unendlich Lagen. Ja. Das rette ich das Klopapier, warte. Das wär unendlich Klopapier gewesen. Das sind öffentlich oft benutzen. Ja. Wandel. Das wär Corona Klopapier gewesen. Ja. 2x7. Gott. Warte Luca, ich join dir. Ich rette dich, guck auf. Ja, 18 noch. 7. 7. 3x7. Ja, was? Wie viel Schatz lang hast du? Wer ist das? Ich hab schon wieder Verlockers gehört. Warte. Hey, Digga, schon wieder dreimal die gleiche. Du kannst es keinem erzählen, Digga. Was hab ich für Pech? Es ist ja schrecklich. Oh, null. Perfekt. 2. Du kannst jetzt die besten V-Type-Engine, die ich je gesehen hab. Boah. Der ist unser Trick, Digga. Machst aus der L-Type-Engine eine V-Type-Engine. Ich mach eine W-Type-Engine. Ey, ne. Yo, ne W-Type-Engine. Ich dachte, ich steu mir hier auch. Das ist mir zu gut, weil dir macht mir auch Spaß. Einer war dabei. Ich geh nach Hause. Kleines L-Type-Engine. Luca muss ans Rad. Luca muss am Rad drehen. Was hast du gerade gesagt? Du hast den Lolli gehabt eben. Oh mein Interess, ich rette dich. Ich hab's unten rechts gesehen. Jawoll, dreimal. Easy, Blackjack. Lol, easy. 7 Bar. Der kann das nicht mehr gewinnen, exakt. Scheiße, jetzt hab ich Unglück. Ich hasse mein Leben. Jawoll, zwei Matching. Ja, äh, verabschiedet euch von der Klobappearrolle. Es geht bergauf, es geht steil bergauf in dem Kasten. Es geht voran. Oh, oh, Alter. Oh, huge. 6,48. Ja, bergab. Scheiße. Wir haben fast gar nichts mehr. Ich weiß. Ich weiß. Ach, leg mich noch am Arsch. Ah, ich dachte schon. Ah, nice. Ab hier. Komm, komm, komm. Gön, 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 gön. Alge, Alge, Alge. Alge, Alge, Alge. Fuck. Jawoll, 30. Also, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jawoll. Ja, mal zwei. Soll ich noch machen? 7,48? Nee. Ich muss eigentlich. Einmal noch. Ich bitte. Das wär schön. Ja, jetzt musst du retten. Ja, jetzt muss ich's retten. Ja, jetzt muss ich's retten. Weil so bringt's nichts. Ja. So bringt's nichts. Ja, jetzt muss ich's. Digga. Oh. Ah. Jawoll, immerhin das. Okay, immerhin das. Komm, 1,5. Digga, 14 ist nicht scheiße, Alter. 15 ist ja noch schlimmer. Digga. Alter. Ja. Ist das cool, Shit. Jawoll. Wir retten sie, die Dose. Jawoll, Chat. Jawoll. Jawoll. Ja, verabschiedet von der Dose. Oh my god. Ja, huge, huge. Huge. Wir sind auch noch weit, ne? Ah. Wie ist das jetzt wert? Nein. Jetzt grade wir auf 4,58. Komm bitte gönnen. 7, 7, 7. Und wir haben gewonnen. 6,78. Oh. Oh mein Gott, wow. 1300 hab ich jetzt hier am Kasten. Warte, 1300? Warte, warte, warte. Warte, dich rette ich. 2, perfekt. Den hab ich gut hochgepusht. Wir haben noch Kies. 6, let's go. 12. Ja, 8. Waren jetzt andere Automaten. Mal gucken. Geil, gleichzeitig. Ich mach Automat-Hopping so nämlich. Bringt's was? 7. Ja. L. Ja. Ja, 2 Totenköpfe. Stopp. Ach, leck mich doch. 2, 0. Die, die warte Schlüssel. Jetzt kommt ein W. Du hast den Schlüssel überhaupt. Ja, passt. Warte. Der ist jetzt. Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh. Jawoll, 100. Wie viel hat der jetzt? 1.389. Boah. Was ist das beste Bier, was es hier gab? Ja, wirklich so. Ey. Lol. Ich dachte schon back to back. Ich dachte auch, aber nein. Mein 5? Ja. 5. Mann, ey. Komm, scheiß Ding. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Das sind 100, das sind 100. Nice, 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 nice. Ich hab sechs bislang. Ja. Ja. Bin dabei. 6, jawoll Du arbeitest dran Ich arbeit den Digga mit mir scheiße Ey Mein Gott Jannik, Jannik, Jannik Jannik, Jannik Nochmal 250 Stopp 1.800 Alter, wenn du jetzt nochmal 7 kriegen würdest Nochmal 500, dann haben wir die Quote Alter Halt's Maul Ich dachte gerade Hä? Schade Kom schon, Gamble Götter Gib mir Glück 30, 30, jawoll Ja so 30, 30, nice Immerhin kein Minus gemacht Sogar 5 plus Ja, swing Oh Ich steh mich mal dazu Nein, ich glaub nicht 1779 hab ich noch Hier brauchen wir einen Quoter 2080 ne? Ja Oh, oh Das sieht gut aus Das ist Uni, das ist Uni Ja Yes Wir machen Progress Langsam aber sicher Langsam aber sicher Einmal, einmal 100 würde reichen Ne, einmal 250 würde das schon reichen Was ist das? Nein 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 Ich könnte uns real Okay, ja, ja, ich weiss Nein Na höchstens das Rad, aber wenn auch nicht mehr Mit dem Lolli ans Rad würde ich auch machen Der Lolli ist da. Achso. Kannst du sagen. Hä, so schnell war ich gar nicht. Oh. Ne, null. Ah, schade, ja. Toll, wie geil. L? Toll. Okay, Lolli. Ey, der Kasten war nur 40 wert. Jetzt ist er auf 1800. Das stimmt. Na, der Lolli ist mehr. Toll. Ja, bleib, 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 bleib. Kann ich nicht irgendwas spielen, was nur die Hälfte benutzt wird? Ne. Die Hälfte von dem Lolli. Nein, mach gleich mal das Rad. Kann ich nicht hier Roulette spielen? Ne, 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 ne. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich schon. Aber wenn du alles abzieht, dann bist du tot. Ich weiß. Drei haben wir verloren. Irgendwas hat hier eigentlich noch ein Coder. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Können 10. Jawoll. Was hat hier noch Value? Ich sehe auch 144, ne? Ich sehe 208. Ich sehe 20. Äh. 20 L. Ja, wirklich. 2 L. Perfekt. Die 5 nehme ich. Vielleicht. Oder auch nicht. Okay, nehmen wir die 5. Mögen. Terro. Rosa ist Bartender geworden. Ja. Ich brauche Trinkgeld. Oh, gönnen die 20 zumindest. Schönes Ding. 5 Minus. Perfekt. Ja. Meine Schulnote. So gut bist du. Ja. So was machst du. Ja. Ja. Ich habe nie Idee, Mann. Janik. Nein. 500. Nein, komm her. Warte. Janik. Bitte. Ich muss kämpfen. Janik. Nein. Janik. Ich muss kämpfen. Nein. jeune. Es geht sehr. Nein. Es musste getan werden. Oh, 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 Ozan, Ozan. Oha, Chat. Aber er ist runtergesprungen, ich habe ihn leider nicht killen können. So, Janik, let's go. Du bist jetzt. Nice, weg, ich war gekackt. Oh, Janik, drei wert. Schon mal unterm Ivo? Hier, nice, upgrade. Stonks. Oh, wow. Wir haben alles gegeben. Vielleicht kannst du mich noch, wenn ich den Kasten hier nicht mehr hinkriege gleich. Wobei der Kasten daub ist, wenn ich den vergambelt habe. Wie ist denn dein Wert? 1839. Jetzt plus 30, 1869. Lass einfach den Lolli abgeben und den für die nächste Runde behalten. Nein, haben wir den Lolli nicht mehr. Weil jetzt gleich geht die Quote nochmal so ein Stück nach oben. Und ja. Pass auf, guck mal. Aber wenn wir den Kasten jetzt hochkriegen, dann gehen wir jetzt zu dem und haben dann noch den Lolli und können noch zum Zappel, den wir dann wieder verkehren können. Oder wir kriegen den niemals hier so hoch. Niemals. Klar, wenn ich nur einmal 52 kriege, haben wir es. Na? Oder 100. Wenn ich das einmal kriege, dann haben wir es. Das ist ja hier zwischen 1900. Das ist ja hier gefühlt unmöglich. Oh, jetzt haben wir nochmal ein Rundi. Leider nicht. Ey, Janik, aber du verstehst hoffentlich, was ich machen musste. Schade. Oh, 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 nein, nein. Ach, Mann. Knapp. 75? 75 sind drin. Sehr schön. Wie viel ist er jetzt wert? 1889. 20. Money? 1909. Früher oder später haben wir es. Es ist unmöglich hier, so ein Item ganz runter zu kriegen. Nochmal 75, schon wieder plus. Bald bin ich auf 2000. 100? Das könnte ein Huni sein. Ne, sind noch 5. Ich hätte pusten sollen. Ja. Auch von links, bitte nicht von rechts. Das war nie. Oh, da sind die 5. Da sind die 5. Bleib stehen, bleib, bleib stehen. Ne. Perfekt. Let's go, the game's up. Wie viel hat's? Ja, weil ich muss draußen gucken. Ja, gleich. Nice. Easy. Aber weißt du was? Lass mich, lass mich dich noch gambeln. Einfach. Ja, warte, 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 warte. Oh, nein. Schade. Ich hätte ihn sowieso nicht mehr nehmen können. Fuck, ja, stimmt. Oh Gott, bei ihm kracht's. Ja. Mehr exakt. Joink. Das muss man ja nicht mehr nehmen. Das ist wohl wieder geprankt, das ist nicht so viel wert. Ups. Ja, okay. Kann man hier irgendwas noch mal von mitnehmen? Ne, ne? Oh, unser Aufkommen muss so gebracht werden. Ja, wo gehst du? Um diesen Code zu erreichen. Nächstes Mal wird's hart. Jetzt wird's bluten hart. Hardcore bluten, aber. Mann, ich will das Schiff nicht verlieren. Das haben wir schon so oft gehabt. Aber nicht so weit. Ich glaube, so eine Code haben wir jetzt noch nie gehabt. Ja, du hundest runter, gell? Das kann sein. Killt ja nicht einfach. Ey, du hast es einfach klappen können. Du bist runtergeschwungen. Digga. Jetzt wird's gut los. Ja, ne, ich bin aus Versehen runtergesprungen, du. Ach so, sogar ein Auto. Ja, ich wollte dich retten, deswegen. Ich wollte nicht sterben, ich wollte einfach nur vor dir fliehen. Oh Gott. Boah. Zwei. Warte, wir sind reich. Wir haben 3000 fast. Warte, können wir aufhören, weil ich muss in Minecraft rein noch. Ja, ich bin aufhören.